Hallo, heute machen wir unser zweites Diktat. Ich sage fünf Sätze. Und schreib bitte alle Sätze auf ein Blatt Papier. Dreimal. Ich sage alle Sätze dreimal. Sehr langsam, langsam und schnell. Seid ihr bereit? 그러면 첫 번째 문장. Ich muss jeden Tag arbeiten. 다시 한번, schon, schon, ich muss jeden Tag arbeiten. 이제는 조금 더 빨리. Ich muss jeden Tag arbeiten. Zweiter Satz. 두 번째 문장. Sie möchte nach Deutschland fliegen. schon, 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 sie möchte nach Deutschland fliegen. Sie möchte nach Deutschland fliegen. dritter Satz. Daher lernt sie jetzt jeden Tag Deutsch. Deutsch. Langsam, schon, 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 ich. Daher lernt sie jetzt jeden Tag Deutsch. Deutsch. Balli. Schnell. Daher lernt sie jetzt jeden Tag Deutsch. Vierter Satz. Neben uns im Mund an. John, Johnny. Kannst du morgen zur Bank gehen? Langsam. John, Johnny. Kannst du morgen zur Bank gehen? Und das ist, 조금 더 빨리. Schnell. Kannst du morgen zur Bank gehen? Malzimak. Das Wort, Bonze, 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 Bonze. Sehr langsam. Wir fahren mit dem Fahrrad zur Universität. Also langsam. Wir fahren mit dem Fahrrad zur Universität. Wir fahren mit dem Fahrrad zur Universität. Noch einmal. Alle Sätze. Das ist Hamburg. Haki Nullwehe. Morgen. Montag. 1, 2, 3, 4, 5. Nummer 1. Ich muss jeden Tag arbeiten. Nummer 2. Sie möchte nach Deutschland fliegen. Nummer 3. Daher lernt sie jetzt jeden Tag Deutsch. Nummer 4. Kannst du morgen zur Bank gehen? Nummer 5. Wir fahren mit dem Fahrrad zur Universität. Habt ihr alles richtig gemacht? Nummer 1. Ich muss jeden Tag arbeiten. jeden Tag arbeiten. Ich muss jeden Tag arbeiten. Ich muss jeden Tag arbeiten. Nummer 2. Sie möchte umlaut 잘 쓰고. Ich möchte nach Deutschland fliegen. 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 디방 주는 삼격 때문에 der 활용 깔끔하게 이렇게 같이 만들면 주어방 gehen 질문입니다. 마지막, wir fahren also 장음아 하가 있어야 하죠. mit dem 삼격 Fahrrad also fahren und 박wirat 같이 만들면 동사 EN은 잘해야 돼요. Fahrrad 르가 두게죠. 다시 zu der also zur und 대학 교 어디 auf geht지만 uni wer sie und 마지막 Tät Universität Ich fahre mit dem Fahrrad zur Uni Iroke Mann Malheto Munze Gau Zeman Cedro Malhagush Komion Universität Das war's für heute. wir sind schon wieder fertig 수고하셨습니다. 다음에 다시 듣기도 연습해봅시다. Dankeschön Tschüss Tät Beg Iroke